Die Geissens verbringen ihren Winterurlaub, gerade in der Sonne Dubais und natürlich dürfen da auch die entsprechenden Instagram-Fotos nicht fehlen. Doch ihr neuster Schnappschuss verwirrt die Fans von Carmen Geiss dann doch etwas. Die 52-Jährige liegt entspannt in der Sonne und lässt auf diesem Foto ganz schön tief blicken. Trotzdem ist hier nicht das Dekolleté im Fokus der User, denn die erkennen das Gesicht des TV-Stars kaum wieder. Sie kommentieren, die Augenbrauen sehen aber ungewöhnlich aus, wo ist das denn natürlich und die Augenbrauen und was ist mit dem linken Auge passiert? So ganz genau wissen wir es nicht, aber anscheinend hat Carmen dieses Foto ordentlich nachbearbeitet oder gleich einen Filter draufgelegt. Aber wenn wir eines von der Zweifachmama wissen, dann jawohl, dass Natürlichkeit sowieso nicht gerade ihr Ding ist.